hey freunde willkommen heute zum test wir haben hier eine schöne tropica batterie von agento kaliver 30 mm 25 schuss wir haben volle 500 gramm nim was effektechnisch auf uns zukommt weiß ich überhaupt nicht ich habe sie mir noch nicht angeguckt preislich waren es 22 euro soweit ich weiß ja beschreibung f2 noch mal achtung muss ja überall drauf stehen haben wir hier auch noch eine herstellungsdatum nein haben wir nicht nur eine losnummer 19 hinten ich denke mal 2009 10 wird sie helfen wenn es euch interessiert diese batterie hat übrigens auch eine reserve zündschnur und eine normale also auch wieder oben das heißt wenn man wirklich mal ein paar batterien verleiten möchte kann man das ruhig mal tun weil hier ist die erste die brennt durch und dann kann hier weiter verleiten wenn das interessiert also wir sehen uns draußen zur zündung der tropika bis gleich freunde noch die tropika von agento die waren nicht schlecht ich glaube die hatte kurz irgendwas in der 30 oder 23